Muss weitergehen, sonst wird das hier nichts. Hopp, hopp, hopp. So, du Bauer. Ja. Wie weit bist du? War schon zweimal fast geschafft. Aaaaaah. Hatte euch gut unterhalten? Wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das ist ja jetzt wieder ein... Fuck. Das dritte Mal, dass ich das kurz davor stand. War gut, da brauchst du nur noch hier diese... Auf diese Glowstones. Ja, da war ich ja schon dreimal drauf. Ich stand ja schon dreimal vorm Glas. Ach, wie ärgerlich ist das denn? Unsichtbare Decke oder so, die mich dann immer wegdrückt vom Glas. Hier ist aber nichts. Ja, das ist wahrscheinlich wieder, weil ich zu nah an der Wand war oder sonst irgendwas. Weil du warst vier Flächen frei. Ja, ich weiß, aber ich war wohl zu nah an der Wand oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt reingelaufen, es hat geklappt. Also als Tipp, lauf rein nur. Naja, ich war an der Wand und konnte dann nicht weiterlaufen. Ja, hat gerade etwas länger gedauert. Ich musste Nachschub reinlegen. Wie ist das jetzt eigentlich jetzt hier drauf? Oh. Ist aber ungewohnt, dass man da auf einmal... Na, dann hätte ich es auch geschafft. Ja, ne? Ja. Ja, ich bin drin. Jawohl, geht's nicht, Andi. Ich schaft, ich schaft, ich schaft. Backpoint habe ich schon aufgemacht. Try to find the exit by looking around the space. B4 attempting. Game Mode 2. Hier. Wo ist es hier? Da. Okay, bist du soweit? Ja, ich muss ja erstmal meinen Spielmod ändern. Ich muss irgendwie ins Wasser und hier geht es nicht lang, das habe ich schon ausprobiert. Ja. Ich muss irgendwie den richtigen Weg finden. Ich bin der Meinung, dass man da oben hätte anfangen müssen. Da, wo wir reingesprungen sind und dann auf den Klotz hier springen, von da nach da. Ja, ne, die Stelle springt ja hier unten in der Sonne. Dann geht es ja hier los. Ja, hier ist der einzelne Klotz. Da muss man hin. Hier. Ich möchte da rein. Ach so. Hier. Wört. Dann hier. Dann hier. Oder hier. Dann hier. Da ist nichts. Bei hoch springen kann man nicht. Hier ist Ende bei mir. Aber jetzt extra überall einmal ganz kurz gegen, weißt du, um zu gucken. Keine Ahnung, Andi. Ja, Leute. Also die ist jetzt, die ist jetzt gerade ein bisschen knifflig. Ach, lol. Ich glaube, es ist in der Sackgasse. Muss hier und dann wieder zurück. Ich glaube, es gefällt mir. Jetzt geht es hier, aber nicht weiter. Da ist das Wasser. Hier fällt es so runter. Ja, ich... Ja, jetzt hier lang. Ja, jetzt hier lang. Wobbel, 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 wobbel. Da musst du rauf. Ich komme hier wieder raus. Wo muss ich drauf? Ah. Da drüben. Jetzt weiß ich den Weg, aber komme den nicht gesprungen. Links hoch. Links. Genau, da geht es weiter. Da und dann rechts. Hier geht es nicht weiter. Rechts hoch. Und dann links. Und dann nicht durchs Loch fallen. Da ist ein Loch im Boden, da muss ich auffassen. Da bin ich schon drüber weg. Ah, Sackgasse. Sackgasse. Ah, ne, hier geht es runter. Aha. Ne, ich bin wieder hier. Ey, Leute, das ist jetzt aber gerade hier. Hinterlässchen. Ja. Ja, weil es kein Labyrinth ist, so wie jedes andere. Was ist das, wenn ich da drauf gehe? Den hier. Da bist du wieder ganz unten. Ja, Mann. Gleich habe ich es. Es gibt doch hier gar keinen Weg. Da ist der Glotz. Aber es gibt kein Glas, was da kaputt ist. Hier wieder runter. Hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Und dann hier drauf. Hier hin. Ich gehe jetzt hier wieder raus. Da. Oh, von diesem Glas kriegst du echt einander mehr mit Schäder. Ja. Ja, ja. Schäder ausmachen. Okay, okay, okay. Ja, ich habe den Weg. Ja, und gleich stehst du da oben auf der großen Fläche, wo es nicht weitergeht. Nein, jetzt falle ich runter, da war der Ausgang. Definitiv Ausgang. Scheiße, da hätte ich rübergemusst. Oh, verdammt. 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 Oh, das Glas macht mich kirre im Kopf. Oh, ich sehe, ich habe mir einen Sackersack. Nein. Da. Hier. Hier muss ich wieder hoch. Genau. Na gut, dann gehen wir mal den richtigen Weg wieder. Folgst du mir, oder? Dö. Suchst du dir deinen eigenen Weg? Ich gucke. Okay. Ich will gerade ein bisschen blöd hier im Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin. Glas macht einen verrückt hier. Das war eine echte geile Idee. Also, das soll jetzt kein Diss oder irgendwas sein. Das liegt halt an mir selber, dass ich... Und platsch. Das etwas komisch finde. Oh, okay. Boah, jetzt erstmal die Augen wieder rehabilitieren, ne? Ja, ist schon sehr... Boah. Geht sehr auf die Augen gerade. Ja. Aber cool finde ich. Also, ich finde das cool, so eine Idee zwischendurch. Auf dem Volk. Muss ich wirklich sagen. Wenn ich den Weg zeigen soll, dann sag Bescheid. Ja, wenn, dann gebe ich sie auf. Na, dann zeige ich dem den Weg. Dann hast du wenigstens nicht aufgegeben. Habe ich auch nichts von? Doch, du hast die Challenge geschafft. Bäh. Ah, okay. Die wird dir gefallen, die nächste. Nur Leitersprünge um die Ecke. Es ist... Ach ja, der hat einen Leiter-Fetisch-Shest, war der. Also, coole Challenge auf jeden Fall. Was ist denn hier drauf? Oh. Jetzt ist es angezeigt. Okay. Cool. Andi, erzähl auch mal was. Ich kann mir doch nicht die ganze Zeit hier was auf den Schuh ziehen. Ich auch nicht. Die Musik, die beruhigt es auch im Hintergrund. Wie ausgemacht. Gib mir auf den Piss. So langsam kann ich sie nicht mehr hören. Zudem bin ich froh, dass ich im richtigen Minecraft, wenn wir das spielen, scheiße nicht mehr eine Playlist habe. Diese mir meine ganzen Videos gesperrt hat. Ja, meine ganzen Videos seit 258 Folgen oder was, nehme ich Minecraft dieselbe Playlist. Und auf einmal ist sie illegal. Da muss ich meine ganze Playlist mit so Programme bearbeiten von YouTube, dass die in Deutschland erlaubt sind. Jo. Sonst hätten sie mir komplett gesperrt, die ganzen Videos. Auf einmal sind die GEMA geschützt, oder was? Wem wollen sie das erzählen, Andi? Die muss ich immer wieder was Neues einfallen lassen. Ja. YouTube. Komm, wenn wir nicht reden und die Musik läuft durchgehend. Mag YouTube halt nicht. Ja. Trauenhaft. Geh doch da oben drauf. Doch so schlimm. Ich weiß sowieso nicht, warum die GEMA sich in der Gaming-Branche mit einmischt. Ja. Sind zwei verschiedene Paar Schuhe in meinen Augen. Ja, ich muss für den PC auch... Äh... GEZ-Gebühren bezahlen. Genau. Irgendwann sollte auch jetzt so langsam mal Schluss sein. Überall wird nur noch abgezockt. Meine Augen. Ja. Da oben müsste ich, glaube ich, hin. Ja, da drauf. Jetzt da drauf gehe, das funktioniert. Da komm ich. Da komm ich. Da komm ich nicht rauf. Ich bin der Meinung, hier bin ich falsch. Hier ist auf jeden Fall falsch. Das kenne ich schon. Ja, du musst nicht springen. Halt MyCraft. Hm. Keine Ahnung. Das Ding allein schon zu bauen ist ja schon... Ist ja nicht schwer. Machst du alles zu und machst dann da unten Gänge rein. Ja. Das war's. Find ich jetzt nicht... Find ich jetzt nichts Schweres dran. Find ich schon. Nö. Ganz einfach. Machst du erstmal den Hauptweg fertig. Und... Ich... Oke. Ich... ...